Heho Leute und herzlich willkommen zum Nebelnick Live FAQ. Hier werde ich kurz die häufigsten Fragen zum Kanal etc. beantworten. Wer führt den Kanal? Den Kanal führe ich Soltiber, bedeutet ich bin für alle Inhalte, Videos, Summails, Titel, Kommentare etc. verantwortlich. Darauf dass ich nicht Karl bin versuche ich auch immer so gut es geht hinzuweisen, aber ich kann verstehen, dass das nicht offensichtlich ist. Ist der Kanal mit Karl abgesprochen? Ja ist er, habe das damals kurz nach der Erstellung mit Karl abgeklärt und stehe auch aktiv mit ihm in Kontakt falls irgendwas ist, Feedback etc. Karl bekommt 50% des Profits der bei all dem hier rumkommt, so haben die das damals abgeklärt und daran hat sich seitdem auch nichts verändert. Warum kommen keine Videos wie früher? Die Zeit des maximal überdrehten MLG Karls sind vorbei und das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gut so. Karl ist inzwischen entspannter aber vor allem erwachsener geworden. Was ist mit? Irgendein unnötiger Front über Karls Aussehen. Passiert? Selbst wenn du den Kommentar nicht meinst und einfach nur fragen willst, denk bitte nochmal drüber nach ob das eine sinnvolle Fragebemerkung oder sonst was ist. Wir feiern Karl für seine Art zu unterhalten und nicht nur dafür dass er aussieht wie der krasseste Sigma-Mail. Deshalb selbst wenn dir so eine Bemerkung wichtig ist, lass sie nächstes Mal VLT. Einfach. Lass dem Video gerne einen Like da und wenn ihr noch weitere Fragen habt stellt sie gerne hier in den Kommentaren. Ich, immer noch nicht Karl, werde sie dann so gut es geht beantworten. Oh! Vielen Dank.